Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play The Walking Dead mal wieder zurück. Irgendwie habe ich mir jetzt mal die letzten Tage, weil ich total verpasst habe, die gesamte dritte Staffel von The Walking Dead angeguckt. Also momentan bis zur Folge 12 und... Ah, geil! Und dafür bin ich darauf jetzt gekommen, dass ich jetzt hier mal Aufwärter spiele. Wir müssten ja das letzte Mal mit Episode 3 fertig geworden sein. Und deswegen müssten wir jetzt mit Episode 4 anfangen. Around Every Corner. Was ich wahrscheinlich auch wieder in einem Stück durchspielen werde. Yay! Ich frage mich, ob meine Stimme mitmacht. Fuck, ich habe mich nicht zu trinken bereitgestellt. Was soll's? Ich warte nicht gerne. Ich habe genug von dir gehört, okay, Doug? Now, what the fuck's the problem? No! Oh, Lucas. Ich bin mit uns. Ich weiß nicht viel über dich, Leute, aber ich kann euch sagen, dass der Sonne kommt morgen Morgen. Wenn wir y'all gehen wie das, dann die Frau nicht mehr machen. Was machen wir? Ich habe mich die Gott-Kir. Ich werde es machen. Ich denke, wir sollten nach deinen Eltern suchen. Was? Ja. Du musst wissen, ob sie okay sind. Und wenn sie nicht sind, was passiert? Ich bin derjenige die Bandit-Supplies. Was? Es ist all meine Schuld. Wir müssen ein Job! Was? Nein, das ist! Ah! Shit! Ich kann warten, für dich zu gehen, Clementi. Ich habe deine Eltern hier. Und du kannst mich finden, ob sie wollen, oder nicht. Stimmt, zum Schluss war dieser komische Psychofunk-Spruch. Ich erinnere mich. Telltale Games. Oh, man braucht kaum reden, toll. Ich freu mich schon, ich freu mich schon, ich freu mich schon, ich freu mich schon. Ach ja, stimmt ja, ihm geht's ja immer noch so schlecht. Wartet ganz kurz, ich muss kurz was machen, bis gleich. Und jetzt geht's auch schon weiter. Kann ich nicht nur noch halten? Nur ein bisschen Zeit? Wir sind sehr nahe, wo meine Mom und Dad sind. Vielleicht kann ich... Nicht jetzt. Ich muss dich fokus auf. Ich behalte deine Aufmerksamkeit auf der Straße. Okay, sorry. Wie ist Omeid? His leg ist ziemlich schlecht. Ich bin gut. Du bist nicht gut. Du musst resten. Er braucht resten. Kenny, wie viel weiter zu der Rieferfront? Es sollte nur ein paar Blöcke vor. Und es werden Boote da? Das wäre sicher, was er gemacht hat. Es werden Boote. Es muss sein. Es muss sein. Es wird okay sein. Kenny weiß, was er macht. Halt die Frisse, Ben. Was zur Hölle? Ich weiß noch, was er gemacht hat. Vielleicht ist diese Stadt nicht so tot, nachher. Geh' los. Keinem ringt die Bälle. Es ist automatisch. Auf dem Timer. Welche Art von Kirchebeln geht auf 20.30 Uhr? Niemand ist da oben. Sind Sie sicher? Ich sehe nichts. Vielleicht. Vielleicht bin ich nur ein bisschen punchy. Ich weiß, was ich... Wenn ich dich wäre, würde ich rauskommen. Jetzt. Ich dachte, du sagst, das Ding nicht funktioniert. Wer ist das? Ist das du in der Bälle Tower? Oh, wenn ich an alle so gucken... Ich muss mich jetzt gleich so überbewegen, oder? Äh... Run, run, run! Fuck, ich werde run drücken. Follow me! Kitty! Oh, der Ort... Kitty darf jetzt nicht sterben. Kitty darf nicht sterben. Oh, fuck, nein! Du hast so verkackt. Du wirst bei der erstbesten Gelegenheit sterben. Oh, meinst du nicht sterben. Oh, meinst du nicht solt. Oh, meinst du nicht sterben. Oh, meinst du nicht sterben. Ah, Scheiße, er wird sich schon mal reißen. Sollten wir echt tun eigentlich? Kann ich das decken? Scheiße, ich will ihm helfen, ich will ihm helfen. Das ist ein guter Tool. Fuck! Okay, dann habe ich das zu spinnen. Oh Mann, Chuck. Ich arbeite an dem, ich arbeite an dem. Wir arbeiten schneller, würde ich? Es wird nicht lange, bevor die Dinge draußen herausfinden, wo wir gingen. Du wirst wissen, dass sie Blut riechen können. Frau, ich bin nicht derjenige, der schmerzt. Hör auf, das Paar von euch. Ich werde mehr davon auf uns bringen. Ich werde sehen, ob ich einen Weg in finden kann. Scheiße, das Klammtheim, nicht reden, nicht reden, nicht reden, nicht reden. Ein Grab. Eine Hundehütte. Oh, sowas braucht. Eine Schaufel. Perfekt. Eine Schaufel ist niemals nutzbar. Nein, 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 nein. Oh, ich habe auch noch das Tool. Ah, hm. Mausrad, nicht rumspacken. Der Wiener wird das zu schmerzen. Der Wiener wird das zu schmerzen. Ja, du bist auch eine große Hilfe. Ja, komm. Der Wiener wird das zu schmerzen. Ah, und dann wird es wahrscheinlich mit der Schaufel auch nicht klappen. Sag das so zu, Kenny. Oh. Hey, wie geht's dir, Mann? Lee, ich mag die Interesse. Aber ich glaube, dass ich meine Gefühle jetzt nicht so gut helfen kann, wird uns in diese Haus zu helfen. Okay. Wie geht's das? Hast du einen Weg in noch? Die Tür ist festgelegt. Es ist zu schwer, um es zu schmerzen, ohne eine große Geräusche zu machen. Vielleicht gibt es einen besseren Weg in. Wenn es gibt, ich nicht sehen. Ich denke, ich gehe nachher. Ich denke, ich gehe nachher. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich denke, ich werde das zu schmerzen. Oh. Was ist das? Ich denke, es gibt einen Schmerzen. Ich habe es schon versucht. Das ist auch ein Schmerzen. Wer hat sich schon gehört, einen Schmerzen zu schmerzen? Ich habe. Na, okay. Und dafür brauche ich dann wahrscheinlich die Schaufel, okay. Ah, stimmt. Ah, ja, so war das ja auch. Ja, wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich die Episoden gesehen hatte. Oh, Clementine, gib bitte weg. Oh, man, Clementine. Oh, fuck. Oh, Gott, der Geruch. Oh, Gott, das war nicht so, Jesus. Oh, Gott, ich bin gut, honey. Es ist nur die Schmerz. Oh, Gott, ich wollte es gar nicht angucken. Ich wollte es gar nicht angucken. Ich wollte es gucken. Könntest du es nicht wenigstens zuschütten? Ja, und jetzt so ein verrottetes Stückchen in sein... ...meh. Ekelhaft. Oh, fuck. Was, was du machst, mach es schnell. Okay, lass mich sehen, ob ich da kann. Bezichtig, Mann. Das ist nicht gut, ich kann es nicht verstehen. Hier, lass mich versuchen. Ich denke, ich kann... ...ich kann es nicht sagen, ob ich da nicht angucken kann. Pfff, warte mal. Ähm. Clem, was hast du da gesehen? Hallo? Also, ich glaube jetzt nicht, sonst hättest du geschrien. Ja, versuch dies doch. Tada! Hahaha. Guten Job, Clem. Ja, Weg zu gehen. Ich habe gut gemacht, oder? Ja, du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Ja, du hast es gemacht. Können wir vielleicht diese Gespräche in der Nähe? Meine Leuchte fülle, wie hell. Aber wenn es nicht... Es ist okay, von hierher. Jeder in. Oh, da war der Hund. Ich liebe mal. in der Straße. Und wir haben keinen anderen anderen, als der Mann in der Belltower. Weil das nicht so gut macht. Warum würden sie die Möge rausnehmen so, und dann versuchen wir uns über das? Verdammt, wenn ich es weiß. Vielleicht haben sie nur versucht uns zu messen. Das wäre das größte Sache, die ich gesehen habe in den letzten Wochen, kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, wer es war. All ich weiß ist, dass sie kein Freund von uns sind. Verdammt, ich sage dir, sie wollen uns nicht nach dem Meer. Vielleicht wollen sie diese Böse alle selbst. Wir sehen uns über das. Äh, let's rest up, we need... Eigentlich Chuck. Ja, wo willst du denn mit den Booten, Kenny? Aus Wasser, super. Da kommen Wasser-Zombies. Ich weiß es. Zombie-Fische. Zombie-Wale, Zombie-Hanger. Roselig. Okay. Okay, fine. Du und ich, wir werden die upstairs nehmen. Lee, du hast es hier. Mache sicher, dass du jede Tür checken, verstehst du? Okay. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Was, wenn es noch eine andere Tür ist? Ich denke, du hast genug genug für einen Tag, Kind. Wieso? 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 nicht absichtlich raus will ich bestimmt nicht eine uhr trinkt was zu laufen kann dass ich keinen spaß ich kann mir vorstellen man bräuchte immer sowas nach sowas machen die danach gehe ich in die und na gut man sieht es ja schon ich glaube das braucht man sich die extra angucken ok ok jetzt die tür was denn das ist guck ich mir vielleicht um ja gut zombies verstecken sich ja nicht wirklich ach du kacke ich spreche kurz mal mit klemmhinter ja ihr kommt schon klar alter also das war trappen symbol musst du jetzt erst mal diese animation machen alter warum nicht bitte so eine gigantische tür für besen kann man ich bin okay here for a while at least until it quiets down outside good thanks is he okay yeah now but i'm really worried his leg might have gotten infected don't suppose you turned up any meds while you were poking around nah just dog food and there's some whiskey in the back i was just asking clementine if she knows who the man on her radio is it's okay honey you can tell us who is he what does he want go ahead clem it's okay you're not in any trouble it's just a friend i don't think he wants to hurt us what has he been saying to you what have you been saying to him i told him i was trying to find my parents and that they were in savannah he really seems nice i think he wants to help me find them clementine honey trust me that's not what he wants he lee lee you need to get up here now what's wrong it's kenny hmmm an die stelle kann ich mich erinnern kenny said he thought he heard something up there went to go look he's up there i can't get him to come down stay here oh die stelle kenne ich noch die war schlimm jimmy jimmy jimmy